Ok, Revanche. Wir machen das. Ja. Das wird easy. Oh, 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 oh. No, 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 no. Mal in die Ecke. Mit der Palette. Und jetzt ab an die Wand damit. Ab an die Wand werden die Jungs gespielt. Hast du gesehen? Ab an die Wand. Ach, da kam ich zu spät. Das ist nicht so gut. Bam, bam, von der Wand aus. Kindergarten-Trick, aber egal. Komm. Ach, wunderbar. Bäm, das Pressball hier. Hab da gedacht schon wieder. Hab da gedacht, aber nix da. Anu bist es on the block, Mann. Oh, da hat er mir aber den Ball weggehauen. Jetzt kommt aber hier wieder Frankie. No, no, no. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Bam, Spray-Verschlag. Hast du gesehen? Hat da gedacht. Und jetzt komme ich hier. Product Placement. 50 Cent ist nicht dabei. Da hat er mich aber ausgetrickst. Da hat er mich eiskalt ausgetrickst. Worüber ich gerade so nachdenke, was das Video eventuell lustiger machen könnte, wäre so eine Runde der Enten-Tanz. Und eins, und zwei, und wir haben sie umspielt. Eiskalt zertrümmert, sperren sich die Muskeln vor Geilheit an, ey, bei so'n Tor, ha, nee. Ist doch noch flankgekommen, warum hat er nicht stehen geblieben? Ah, da war er schneller. No, 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 komm, Jens, den hast du aber, den hast du aber, ja, den hat er, schön gemacht hier, frohe Ostern und so. Ha, 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 ha! Hat er gedacht, er könnte den Ball kicken und so. Und da, und da, und da und hier, ja, das sollte so sein. und alle gehen wieder es läuft und sie das liebende titanik in meinem kopf ab hat er denn auch noch selber reingemacht kein problem wir machen das ich habe ihn und flanke kommt nur auf meine worte jens wirst du allmächtig sein mit meinem guide wird das schon funktionieren wunderbar zwar tor geklaut aber egal wunderbar das muss so sein das muss darin da springt der über mich drüber wo ist denn da ab da hat hier sehen das tier schien das fliegt das ding geht geht der rein nein der geht nicht rein schön ausgetrickst noch mal ausgetrickst komm jetzt leider leider ja schön vorgelegt wo ich das hin das ist gut so das wäre fast ein tor gewesen nein 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 der darf da nicht hin mein fähig mein tor hast du das gesehen das war super wäre fast ein tor geworden da spielt er das ding über dem strubber kommen den holst du noch raus was machst du egal kein problem sorry ja bist du dank bekommt und sage ich flanke kommt nein woher kam der denn jetzt so geht er nicht drin sag ich doch es kommt machen machen es hat es doch blöd kommen den hast du so geht es doch nicht und er geht über mich drüber noch zehn sekunden bis dahin muss der ball irgendwie nicht unser tor treffen egal die wollen lustig 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 lustig